Der FFA-Dummfrager. Und er kriegt immer noch jeden. Entschuldigung, ich lasse mich nur ungern stören. Aber wenn man jemanden umschmeichelt, wohin schmiert man dann sprichwörtlich Honig? Auf den Arsch. Wie heißt denn eine berühmte Redewendung? Auch mal fünf Punktpunkt lassen. Grad? Und wie findet ihr das? Einfach mal fünf Grad sein lassen? Ja, schlecht. Ja, schlecht. Weil es kalt ist. Ja, das mag der nicht so. Nee, ich mag eher wärmeres Wetter halt. Also lieber 20 Grad sein lassen. Wie heißt folgendes Sprichwort? Abwarten und? Ausharren. Nee, etwas trinken. Ach so, Bier oder Wein. So wie ich die Deutschen einschätze. Wie heißt eine berühmte Redewendung? Von Pontius zu? Pilates? Der FFA-Dummfrager. Die neueste Folge immer dienstags in Guten Morgen Hessen bei Hitradio FFA. Das ist, was auch einkоть. Vielen Dank.